Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer Runde Pillard mit Kupi. Hi. Hi. Ja, er spricht mir in die Dingens rein. Servus Leute. Lass doch jetzt mal ballen. Ich hab dir gesagt, der Moment, wenn man die Begrüßung startet ist richtig awkward. Das muss awkward sein. Das andere wäre nicht okay. Warte, jetzt komplett gerade. Oh, ich hab schon wieder die Halben. Du hast die Elf fast noch mal reingelegt. Also die Elf noch dazu reingelegt. Guck mal, ich raste kurz aus. Um das mal hier zu sagen, wir haben grad ne Testrunde gespielt. Wenn du Bescheid wisst. Und wir waren richtig schlecht. Wir waren richtig schlecht. Und er hat letztendlich... Und letztendlich war es ein Unentschieden. Weil ich das Spiel verlassen hab. Bevor es zu Ende war. Nee, er stand Gewinner da. Als ob... Die Kugel ist gar nicht oben ins Loch gegangen. Das war... Fake. Ja, du kannst die überall hinlegen. Wenn ich die ins Loch mache, kannst du die überall hinlegen. Katsache. Ahn das mal ne. Warte, Geodreieck. Genau was im Geodreieck hinlegen. Ja, ich hab's tatsächlich... Ich hab's tatsächlich einfach hier neben mir im Geodreieck liegen, ne. War aber auch ne richtig behinderte Idee von uns. Ich weiß gar nicht wie... Aber den krieg ich auch noch ein. Oder auch nicht. Oder ich lass es doch einfach. Oder du lässt es einfach. Äh, ich bin dran. Stimmt. Hau mal ein Raus da. Okay, Moment. Geodreieck. Nein, ne. Aber benutze ich den 45 Grad Winkel, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne. 90 Grad Winkel, ist klar. Ist klar. Ne 90 Grad Winkel sieht scheiße aus. Wenn du dich aber auch rein kriegst, das wär so behindert, ne. Kann mir schon vorstellen, wie du einfach auf deinem Bildschirm da rum... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das gerade passiert. Geodreieck, ne. Oh, schade. Geodreieck regelt. Geodreieck regelt richtig anscheinend. Guck mal, den krieg ich auch jetzt rein. Ohne Geodreieck. Bam. Oh. Da war richtig schön. Ich glaub doch, da war ein Geodreieck im Spiel. Ey, jetzt läuft gerade... Du weißt, wenn du gewinnst, laufe ich die Runde nicht hoch, ne. Naja, nicht schlimm, ich hab ja die Runde. Achso. Dann werd ich melden. Wahrscheinlich. Aber eine richtig schöne Runde auf jeden Fall. Ne, das mein ich ernst. Ich nicht so. Achso. Ich glaub's wirklich auch, das ist mir komplett egal. Du hast gesagt, ne wirklich schöne Runde und ich dachte, das mein ich ernst und du, ich nicht so. Ja, weil die nicht schön ist. Achso, das ist sie nicht. Oh. Die ist oben, die ist aus dem mittleren oberen Loch rausgegangen, Alter. Ja. Hab' die Kugel auch einmal kurz nicht gesehen. Das war ganz crazy. Ja, das ist noch richtig crazy, Alter. Ja? Willst du mir irgendwas sagen? Hi. Okay. Du musst grad kurz, kurz konzentrieren. Du willst mir, du willst mir nicht, du willst mir nicht sagen, dass du hier Cheat Engine an hast und so. Das ist Geodrike. Das ist, das ist Legit. Achso. Hast du nicht die Cheat Engine an oder sowas, ne? Ne, ne. Ne, ne. Die Leute sehen's über mir. Nein, nein. Das ist einfach nur der Skill, die ich mir über die letzte Runde angebaut habe. Ach, ist also Skill jetzt auf einmal. Du spielst aber auch grad richtig scheiße. Ja, das tue ich. Was soll ich da denn machen? Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich hätte... Oh, schaaaade! Oh, schaaaade! Alter, das war richtig knapp. Schaaaade! Das war so behindert. War echt schade. Du hast es vorher schon gesagt. Hm. Oh, das war dumm, was ich jetzt grad mache. Piu! Oh, sie liegt ganz gut jetzt. Bam! Nein! Berechnet. Geodreieck. Geodreieck-Power. Hätte das Geodreieck was gebracht. Wir haben alle noch eine Kugel. Wir sind gleich aufgerade. Ah ja. Jetzt ist gleich mal spannend. Oder auch nicht. Mein Stuhl. Der quietscht die ganze Zeit so richtig eklig. Bam! Einer auch. Ähm. Oh, was? Pass auf. Sieht man's euch das? Du siehst das leider nicht. Du siehst das erst wenn ich markiert hab. Erst wenn ich markiert hab siehst du's. Ähm. Boah, da. Oh. Es hätte ja was werden können. Ja, wahrscheinlich. Jetzt mach einfach über Bundle. Nimm ein Geodreieck. Nee, kein Geodreieck. Ich mach jetzt einfach auf gut Glück. Okay. Volle Kanne. Oh. Sah sogar nicht schlecht aus. Das ging sogar. Kann man mal machen. Bam. Bam! Und die Weiße noch mit rein. Du Opfer, Alter. Mann! Das kann's nicht sein. Einfach noch die Weiße mit rein. Du. Das ist so behindert. Abgezogen. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn's diese scheiß Regeln nicht geben würde. Ja, ich würd sagen Revanche, oder? Ja, auf jeden Fall. Neues Spiel. Neues Spiel. Das war ja lustig, Alter. Diese scheiß Regeln nicht geben würde, ne? Hätte ich jetzt gewonnen. Was für Glück ich schon wieder hatte, das ist unverschämt. Er fängt ja eigentlich an. Du fängst an. Du kannst die Kugel legen. Okay. So. Ja. Oh, du hast die Halben. Okay. Wechsel mal die Rollen. Ne, aufgeben. Wahrscheinlich. Das hat einfach mir nichts gebracht, so ziemlich. Legen die Kugeln da übereinander? Ja, ich dachte mir auch grad, so die 3 und die 11, ne? Ja. Die kuscheln miteinander. Das war der beste Schlag meines Lebens. Gib mir, gib mir den Oscar für, für, gib mir den Billard Oscar für den besten Schlag. Und kauf ein BH. Bitte. Ein BH? Ja. Du steigst, dass du tippen hast. Nö, doch A. Meine Freundin sagt immer mal, ich, ich brauche BHs in Größe A. Äh, okay. Ja. Ja. Ah, okay. Du hast doch jetzt keinen reingemacht. Doch, deine. Ach so, danke. Danke, danke, danke. Warst du absichtlich? Nein, ehrlich gesagt nicht, ne? Ich hab' nur richtig verkackt gerade. Nicht schade. Okay. Okay, das ist wirklich durchaus schade. Ah, Bolzen. Er drückt. Drückt jetzt richtig. Ich mach' jetzt Ballen, Alter. Piu. Wahrscheinlich. Ja, ich weiß, das war berechnet. Ich folg' dir, du verlierst ja eh, also. Ach so, ich verliere schon. Ist das schon festgelegt? Ja. Ne, da kämpfe ich noch gegen an. Was ist passiert? Manchmal ist es bei dir auch so, dass es leicht leckt? Also, dass man die Kugel kurz irgendwie aus den Augen verliert? Ja. Wenn die zu schnell ist, ja, ne? Ja. Das ist normal. Du hast dich grad schon gewundert. Du ziehst grad richtig los. Oh, schade. Guck mal. Jetzt kommt meine Runde. Ne. Acht. Feuer. Oh, ja. Das war ganz knapp. Oh, ne. Verkacke. Das hast du durchaus gut vorhergesagt. Ja. Ich hab' zu früh gedrückt. Können wir ja leider nicht abbrechen. Als ob ich jetzt die 4 und die 6 getauscht hab. Also, äh, 6 zu 4 und die 4 irgendwo anders. Ja, das ist so. Die ganze Zeit auch die 8 Spiele, ne? Theoretisch, ne? Theoretisch, ne? Theoretisch, ja. Geil. Viel Spaß. Was? Ich weiß gar nicht, wo ich dir hinlegen soll. Boah. Vor die 15. Stell dir vor die 15. Ja. Aber das ist eigentlich doch total low. Ich muss doch irgendwie versuchen, das reinzukriegen. Hä, warum? Wenn du Kugeln reinmachen darfst, dann darfst du die reinmachen. Ist egal, wie die low sind. Aber es ist so wahrscheinlicher, dass ich die 15 danach reinkriege als die 13 jetzt. Fuck, ich hab jetzt natürlich auch die Kugel kack hingelegt. War wieder richtig intelligent. Nein! Wahrscheinlich! Oh, Mann! Bist du blöd? Warum hast du die denn nicht direkt vor die 15 gesetzt? Damit du die 15 reinmachst. Oder die 8! Wahrscheinlich! Also, weißt du, eigentlich müsste das Spiel weitergehen, weil die 8 ist eine ganze Kugel und ich hab die ganzen Kugeln. Ja, wahrscheinlich! Haben wir, haben wir noch Zeit für eine Runde? Ja, ne? Ja, klar. Wir können das ja wirklich nachher zusammenschneiden oder so. Wie auch immer. Ich denke, eine kleine Runde schaffen wir noch. Ja. Aber ich muss sagen, dafür, dass das so das erste Let's Plays ist, was ich mit einem anderen Menschen mache, ist das doch ganz cool eigentlich. Ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Also, ich mach das hier, ich mach das nur fürs Geld, ist doch klar. Ja, Product Plays muss man reinmachen. Was richtig? Ich glaube, ich schreibe den nächsten Mal den Erfinder von Billard an. Ne, ich mach das so einfach, ganz easy. Ich trinke gerade Volvic Touch, rote früchte Geschmack. Ich muss sagen, dieses Produkt ist sehr gut. In 1,5 Liter Flaschen. Hat auch eine besondere Flasche. Leicht quadratisch mit abgerühmten Tanten. Ist sehr schön. Kann man mal machen. Du bist übrigens dran, ne? Ja, ich hab ja 2 Minuten Zeit, kein Ding. Ja, ja. Übrigens nochmal hier, ich trinke Viva Vital Kirschwasser. Viva Vital Kirschwasser extra für Netto. Das gibt's nur im Netto. Könnt ihr euch da kaufen oder online bestellen unter www.vivavitalistnichtonlinebestellbar.de Alter, wir können gleich übelst erstmal im Cash Rain so ein bisschen rumchillen. Jawohl. Ah, alles cool. Geil. Was machst du hier? Was machst du hier? Piu! Ja! Oh, und die 7 geht tatsächlich noch rein. Der war nicht schlecht. Äh, alles berechnet. Ja, wahrscheinlich. Äh, Hexa, Hexagon. Ne, hab ich. Ich hab hier so ein Hexagon Geodreieck sozusagen. Ich hab da nur einen Pentagon gesehen. Achso, Pentagon. Was? Hexagon Reimsig auf Pentagon. Idyminatikon filmt? Ich weiß es nicht. Weiß es auch nicht. Dann nehm ich die Zeit mal, wo du dran bist und was zu trinken. Ja, das Trinken ist wichtig. Wird die Sonne auch gerade noch am Schein? Ich war schade, dass du drinsitzt und zocken. Ähm, ich hab Schalousien unten, ich weiß es nicht. Ich bin ein Kellerkind. Also ein richtiges Kellerkind, das find ich sympathisch. Die Modus hab ich auch öfter mal drin. Öfter mal. Öfter, ja. Das öfter. Immer öfter. Mach's dann jetzt mal so. Ähm. Meine Flasche ist jetzt leer, weißt du? Warte, warte. Warte. Wenn du, pass auf, ich sag dir. Wenn du mich gewinnen lässt, werfe ich die Flasche quer durch mein Zimmer. Ja, die ist ja leer. Also wenn das drin wäre, könntest du wenigstens noch irgendwas zerstören. Das wäre ja lustig. Oh, scheiße. Wie spät ist die gelandet? Alter, ich werfe die, das macht einmal Klong und ich dachte, die wäre schon auf dem Boden. Aber ein paar Sekunden später macht's dann Ding und dann sind sie gelandet. Du hast ja noch so ein bisschen gesegelt. Ja. Gut, okay. Oh, ich hab hier meinen, Alter, ich hab hier meinen ganzen Tisch verschoben. What the fuck? Äh, eigentlich bin ich dran. Eigentlich? Eigentlich ja. Eigentlich nicht. Doch, eigentlich. Weil, aber jetzt hast du's leichter, weil du über die Kugeln hast, ne? Sollte die vier geht easy rein, geht die eins danach noch easy rein. Oh Mann, kann man schon mal machen. Geil. Er spielt die acht. Ich wollte die zwei spielen, aber aus irgendeinem Grund hat sie, die acht hat sich so nach hinten bewegt. Ich glaub, die wollte das nicht. Wahrscheinlich. Wenn wir die acht jetzt sagen. Ich nehme jetzt nicht da oben links das Loch. Jetzt spielt er über Bande. Ja. Dreifache Bande. Versuch's mal über die Bande. Das wird, das wird so schief gehen, ne? Das wird so schief gehen, die weiße jetzt schon. Nein! Danke. Danke. Schade, dass du die eins nicht, äh, die weiße nicht noch mit rein gemacht hast. Das wäre wieder ein bisschen doof. Alter. Jetzt, jetzt muss ich auch den Skillshot. Einfach reinballern. Nicht lange aufhören, einfach reinballern. Denken wir auch gerade. Ja! Nein! Geil! Oh Gott, ist das laut. Ach du Scheiße. Oh. Was eine schöne Runde. Oh Mann. Ja, letztendlich bin ich der volle Gewinner. Ich habe alle drei Runden gewonnen. Ihr habt's gesehen, gleich vor dem Video. Ja, kein Ding. Also, du warst einfach richtig stark heute, was das Spiel der Bälle angeht. Ja. Deine Bälle hast du perfekt kontrolliert. Ja, wir haben richtig gut geballt. Auf jeden Fall. Ja, alles gut. Alles frische Nose war da. Gut geballt. Das war nicht schlecht. Kann man mal machen. Ballen. Okay. Okay. Na gut. Ich würde sagen, Leute, guckt mal bei dem Lebenserotik. War vorbei. Schaut bei Cookie vorbei. Macht gute Videos. Der Junge macht gute Designs. Teilweise. Und. Ja. Aber er ist nicht verlinkt. Er ist nicht verlinkt. Sucht ihn selber. Bis dann.